Philipp, du bist meine Senorita das ist aber schön Eskalation und hier sind wir wieder bei Minecraft Hallo, hola Diesmal mit Witzen, wie versprochen diese Motivation in der Stimme die anderen sind ja auch extrem mit Witzen wie versprochen Ja, was ist großgrau und telefoniert aus Afrika Ein Telefant Richtig Es lag ja schon auf der Hand Ich brauche jetzt Sand Halt Das war aber kein guter Witz Nein Was steht im Schlafzimmer des Metzgers neben dem Bett? Eine Schlachttischlampe Hey, warte mal, meine Schaufel ist weg Nein! Oh, Manu Ich hab sie nicht, ich hab nur eine Schaufel, die ist halb kaputt Muss ich mir direkt mal eine machen Lalalala Oder gleich 2 Das machen Sie sich nicht 3 Wenn du dich nicht 3 Dann hast du eine mehr Unglaublich Aber wahr Man glaubt es kaum Wolle ich aber auch sagen Spitzhack gebogen so jetzt habe ich das zweite Wolle ich brauche noch einmal Wolle 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 ich kriege noch einmal Wolle zusammen hast du jetzt dein erstes Bett ja ich baue mir jetzt ein Bett toll so und zack ein Bett die Wiesel Kratz spielte mich an die Welt bin ich quasi Batman der Hinweis auf mein aktuell laufendes Let's Play der Karte übereinander gequatscht und ein Skeletor stirb oh Gott irgendwie das Gefühl dass hier irgendwas fehlt ich bin ich bin in Ordnung oh Gott jetzt sagt er schon kann nichts Gutes heißen ich hab dich geklaut eine Verarbeitung ich weiß dass du mir nichts geklaut hast das hätte ich ja mitgekriegt wurde gestorben was naja du bist aber weg ich bin der Karte ich bin umgezogen ja weg weg bist du umgezogen ok so das hätten wir oh ich hab ja meine Steaks doch hier naja erstmal ein Bett setzen du bist ein richtiger Bettsetzer ja ich bin ein Batman oh richtig spät ja das ist extrem cool ja hab ich auch noch jemand wollen wir können auch nicht die Bedrohung zu können ich muss Holz abbauen gehen bei Bildung lass mein Haus stehen ja ich meine ich das ist jetzt natürlich am Anfang klar ich hab Kürbisse gefunden ey Geil Paul einfach nur geil bist ein Preis ein Keks oder einen schlechten Witz schlechter Witz was ist gesund kräftig und spielt den Beleidigten ein Schmollkornbrot Gott Roller in Hongkong und krieg ich noch einen Keks trotzdem Paul du kriegst keinen Keks bis auf Diät bei mir ist überhaupt nicht kriegst nichts zu essen Paul bis auf Diät wir wollen die Tüte jetzt noch etwas Sand wo seid mir eigentlich alle nochmal so als Info ab die Zuschauer überall jetzt ist sie äh du bist wirklich überall ich wollte mich von Paul abwenden aber da war er auch dein Mutter bin jetzt habe ich endlich vier Eier hast du in der Eier auch hier die Musik äh die ist laut wo ist denn hier der Zombie wird auch eindeutig ein Zombie aber was ich noch lauter höre ist die Musik okay noch lauter alten Song man kriegt es ja auch mal leiser macht dann machst du noch leiser wenn sie immer noch zu laut ist jetzt habe ich sie gerade leise gemacht so jetzt ist wieder Stille stille na du sagst ja die ganze Zeit gar nichts Philipp vielleicht stehe ich direkt hinter dir Paul nein bist du nicht das kannst du nämlich gerade gar nicht wo bist du Philipp schade hm Philipp wo bist du das würdest du wissen wer hinter mir stehen würdest tja jetzt habe ich dich überlistet weil ich glaube natürlich vielleicht hat er das auch nur gesagt Paul ja genau Quatsch Quatsch du kannst es nicht wissen doch nein passt gerade so die Musik die ist voll mysteriös die Musik die Musik guck mal ist voll der Zaubertrick echt wow ja Philipp wird wissen was es für ein Zaubertrick ist dann warst du wieder mein ganzes Haus hat der was mit Feuer zu tun nein ich werde ihn nennen komplettes Haus verschwindet spurlos ne ne es ist nie weg keine Angst Philipp so ganz gemein bin ich nicht du hast komplett zugebaut oder nein nein hab ich nie ist schon sehr schön schöner als vorher also das finde ich ja persönlich auch zum Glück darfst du mein Bett nie abbauen wer sagt denn das 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 haben wir früher gesagt Philipp aber alter ne das habe ich das habe ich stehen lassen das Bett muss zumindest stehen sein du sollst ja auch noch in dein Haus irgendwie kommen ich kenne die Regeln überhaupt nicht die stehen glaube ich noch da oder die Regeln sind ja jetzt sowieso nicht mehr mir war ja bloß fürs private private practice meinst du also oh jetzt war die Tür weg tschüss Tür tschüss Tür tschüss Tür achso ich habe gar keinen mehr naja das ist mein türkischer Freund von dem Art tschüss Tür heißt er was ist daran so lustig dass ich schwul bin nein dass du bist nicht schwul laut bist du es etwa nein da siehst du halt die Fresse halt die Fresse hau ich muss ja wieder auf mir stehen so ein Raudi so komm jetzt bau noch dieses Kackdach drauf und dann ist das endlich mal fertig hier also hat jetzt jeder ein Bett oder wie also können wir dann schlafen gehen aber ich hab noch nie drin geschlafen na wenn wir dann nachts mal noch also du schläfst du dich noch machen bevor da Philipp sein Haus sieht naja mal sehen ob du dann immer noch lange das Träger nein auch nicht das habe ich erkennt Kinder Axt mehr Mist so hier sagt kommt schon bau das Haus noch zu ja und jetzt wird auch gleich nacht cool einfach es wird Nacht Senorita wie immer Senorita Philipp du bist meine Senorita das ist aber schön ich weiß Philipp glaube ich auch nein Paul ich schlafe schon also ich kriege im Bett Philipp Paul ist bereit jetzt oder nie erwartet was muss man eigentlich einmal komplett bis die Augen zu sind oder einfach reinlegen und wieder raus keine Ahnung immer so immer bis zum Ende also bis es nicht mehr weiter dunkler wird naja ich hoffe mal das hat jetzt geklappt das hat schon recht natürlich perfekt als ob ich es abgezählt hätte du hast du doch auch du hast du das habe ich nicht ja 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 ich bin du hast du das der gefurzt hat nein doch warst du hast du dazu gegeben nein doch was du nein doch hast du okay ja ich bin du schuldest mir noch fünf Euro er ist ja fast geglaubt glaube ja so war so klang es auch regnet das ja kann man zu erdürfen wir das ausstellen was regn nein ob er das kacke regner und ist doch laut jonas ohne cheating jetzt landen das nein wirst du ja auch mit diamanten rüstung gecheatet und diamant schwert dürfen wir das nicht weil ich abnehmen das ist abgeteilt jetzt ein Kunde die Kategorie ist als auf jetzt ich glaube da hätte ich da jonas der mit der kurzen Prozess gemacht wenn du und deine Mutter so hier kriegt zwar kein Schönheitspreis hier das Ding in der Hand Zombe so viele Schäfte wieder hoch langsam war ich habe mich vielleicht weil ihr einen scheiß PC habt nein, wegen der Internetseitung wahrscheinlich oh mein Gott alter 2 Creeper macht man Leitern 3 Creeper aus aus Sticks Philipp Daron Zombie beziehungsweise ein Creeper Hallo Jonas Hallo das waren 3 Creeper ist das egal? ja nein eigentlich nicht ich bin da gerannt ich bin einfach davon weggerannt ich habe es ich habe es ich habe es weg weg alles voll mit Monster alles voll mit keimen ja mein held das ende naht echt jetzt schon ja ein bisschen schon noch eine minute von der folge wahrscheinlich oder aber jetzt noch nicht ich muss erst mal mein haus oben zu machen ist ein glas verschwendet so ich leg mich noch mal rein zur sicherheit hier und was macht ihr so am wochenenden ach so ich habe mir noch ein thema zurechtgelegt und zwar dass das was nicht sondern vor auf welches spiel freut ihr euch am meisten in 2013 pokémon jetzt ist es ja ich kacke dass man das braucht 3ds ja bei mir wird wahrscheinlich oder eben es ist es es kommt auf das ist ja zu tun soll oft wird mir das dieses jahre ist es dort soll dieses jahr ins rauskommt dc oder Risch ist mit Connor wieder ein Spielfigur wahrscheinlich und soll aber wahrscheinlich in Brasilien spielen so wo soll da Connor eigentlich herkommen keine Ahnung wie der dort hingekommen ist mit einem Schiff theoretisch ja so dann verabschieden wir uns erstmal in die nächste Folge reden dann noch weiter über 2013 wenn uns noch was einfällt und bis dahin nächste Folge